Ich bin über jedes Kollagenchen traurig, was ich in meinem Leben schon verloren habe. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder vielleicht sogar neu auf meinem Kanal für diejenigen unter euch, die hier neu gelandet sind. Erstmal Hi, mein Name ist Katrin und ich bin eine kleine Dalton verrückte Maus. Es ist einfach so, ich mag die Marke unheimlich gerne und ich bin dankbar und bin mega froh, sie als Kooperationspartner zu haben, euch dadurch auch immer hier und da einen Code anbieten zu können, mit denen ihr auch was sparen könnt. Auch das ist jetzt wieder der Fall. Ich blende ihn euch einmal hier ein. Alle Infos dazu stehen auch für euch natürlich unten in der Infobox und wenn ihr das ein oder andere vielleicht noch benötigt braucht, möchtet, dann könnt ihr natürlich gerne den Code nutzen und ich dachte mir, naja, die, die mich schon länger schauen und ich schwärme ja immer von ganz vielen Produkten, weil ich die wirklich, wirklich von Herzen toll finde und ich habe mir hier aber für euch fünf Produkte rausgekramt, die ich super gerne mag und wo ich eigentlich, also ich habe schon davon geredet, aber nicht so intensiv wie bei manch anderen Produkten, aber es sind einfach Produkte, die von Haus aus einfach so grandios und toll sind, dass sie einfach nicht untergehen dürfen und deswegen habe ich mir die einmal geschnappt und dachte, da quatschen wir eine Runde drüber und ich starte direkt mit einem Produkt, wie gesagt, schon häufiger auch selbst nachgekauft, wohlgemerkt, ne, ist dieser Classic Clean Augen Make-Up Entferner. Leute, der ist so toll. Also wirklich, ich schwärme von einem Augen Make-Up Entferner. Ihr wisst das, Leute, ich liebe Cleansing Balm. Ich sage auch immer noch, Dalton muss unbedingt mal einen Cleansing Balm auf den Markt bringen. Auf jeden Fall hier das Teilchen, da wurde ich damals selbst durch die liebe Amelie, die auch eine Dalton-Maus ist, angefixt und Leute, ich habe es gekauft, ich habe es probiert und ich war so, so begeistert. Was mich damals zu diesem Produkt geführt hat, war, dass sie gesagt hat, das ist gleichzeitig Augenpflege und da hat sie einfach Punkt, Punkt, Punkt mal recht. Es ist einfach gleichzeitig Augenpflege. Es ist wie so eine Vorbereitung, so ein Augenserum, was ihr schon irgendwie drauf habt. Eure Augenpartie fühlt sich so fantastisch damit an. Also wirklich so durchfeuchtet und halt super angenehm gepflegt. Es sei dazu gesagt, es ist für wasserfestes Make-Up auch zu entfernen oder Lippenprodukte zu entfernen. Und ich sage, je nachdem, welche Mascara zum Beispiel ich auch drauf habe oder heute, wenn ich sehe, ich habe ganz viel grobe Glitzerpartikelchen auch drauf. Also wenn ich da mit dem Cleansing Balm drangehe sofort, das reibe ich mir da viel von in die Augen. Und ich habe empfindliche Augen. Ich bin Kontaktlinsenträger. Deswegen mag ich das unheimlich gerne, auch mir mit solchen Geschichten mal vorher erst mal so grob was abzumachen. Und wie gesagt, hier dieses Teilchen gleichzeitig mit Pflege mit drin. Das hilft euch auch bei euren Wimpern. Ich sage immer, ich habe schöne Wimpern. Leute, hier das Teilchen hilft dabei, weil das ist so, ihr seht das ja, ist hier so ein Zwei-Phasen-Teilchen, was auf Öl basiert ist. Und ihr habt hier pflegende Inhaltsstoffe drin. Kamille und Kalendula. Und diese Kalendula und Kamille, die wirken natürlich auch gleichzeitig beruhigend. Auch wenn ihr mit geröteten Augen oder Juckreiz zu tun habt. Ich höre das von vielen, dass sie wirklich so diese Augenpartie auch immer am Jucken ist. Dann seid ihr hier auch richtig. Übrigens ist das Ganze auch duftstofffrei. Was natürlich nochmal ein Pluspunkt ist und für empfindliche Augen somit sehr, sehr gut geeignet ist. Das Ganze nehmt ihr einfach, schüttelt das einmal richtig schön durch. Und dann holt ihr euch das auf ein Wattepad und lasst das kurz einwirken. Dann wischt ihr das ab und Leute, wer das schon kennt, schreibt auch unbedingt, da freue ich mich immer drüber, eure Erfahrungen mit diesen Produkten in die Kommentare. Denn ich möchte wirklich, ich möchte, ich schwärme hier immer von Herzen. Und ich freue mich dann immer, wenn ihr auch so zufrieden seid. Und ich weiß, viele sind mit diesen Produkten von Dalton auch so mega happy. Und ich bin immer so happy, auch wenn ich euer tolles Feedback dazu kriege und ihr meine Leidenschaft dann auch quasi teilt und versteht. Weil diese, ich kann nur hier sitzen und euch irgendwas zeigen und erzählen, letztendlich müssen die Produkte halt abliefern. Und das tun sie in den meisten Fällen. Ich sage immer, die Haut ist unterschiedlich. Ja, jede Haut ist immer ein bisschen unterschiedlich. Schaut da unbedingt, dass ihr für euch die passende Pflege bekommt, was wirklich diese Hautpflege angeht. Weil, ich sage immer dazu, wir haben hier Wirkstoffe drin, ne, Wirkstoffkosmetik. Und da schaut einfach, dass ihr für euch das passende findet. Ich denke, das geht für jeden klar, ne, ist so ein kleiner Allrounder. Und wenn ihr da echt mal ausprobiert, das ist auch gar nicht so teuer, wie gesagt, dann kriegt ihr ja noch 20%. Also, das hier auch definitiv ein Nachkaufprodukt von mir, was ich unheimlich gerne mag, was ich euch mega empfehlen kann. Wie gesagt, ihr habt diese Pflege schon mit dabei, habt eure Wimpern schön gepflegt und ihr habt auch keinen Ölfilm oder sonst irgendwas in den Augen. Dann habe ich mir hier ein Teilchen rausgekramt, weil die einfach, die ist so, so, so gut auch. Und ihr wisst auch, ich liebe die Oistia-Maske, Magical-Effekt-Maske und die sind immer so ein bisschen im Vordergrund bei mir. Aber eine Creme-Maske, die ich unheimlich gut finde und die ich toll finde, gerade wenn ihr wirklich trockene Haut habt, Leute, gönnt euch diese Maske. Das ist die Q10 Creme-Maske und die suchtet gerade auch meine Erstbestellerin auf der Arbeit, meine Arbeitskollegin, die sich dieses Set einfach gegönnt hat. Und apropos Set, der Code geht natürlich auch dann immer auf die Sets und da habe ich auch diese Maske einmal her. Und ich finde die so grandios. Ihr wisst, das Q10 mag ich eh sehr, sehr gerne, die Serie, weil sie für meine Haut viel getan hat. Und diese Maske macht eure Haut so geschmeidig und streichelzart. Auch wirklich, ich sage immer, ich habe müde, fahle, trockene Haut. Also das sieht man wirklich wie so eine kleine graue Maus, sage ich immer. Also mir fehlt diese Frische einfach im Gesicht und auch dadurch, dass die so trocken ist, das sieht nicht schön aus. Wenn ihr diese Maske regelmäßig macht, dann habt ihr ein Strahlen in eurem Gesicht. Wirklich ein Strahlen und ich bin, ich hätte euch so gerne, so gerne die Bilder gezeigt, denn wirklich meine Arbeitskollegin, die sucht diese Maske auch. Und ich habe sie eine Zeit lang nicht gesehen gehabt und wusste aber, sie hat die Sachen in Anwendung und ich habe sie gesehen und mir kam ein Strahlen entgegen, die Haut. Ich wusste aber, sie hat dieses ganze Q10 Set in Anwendung und benutzt es regelmäßig und ich war wieder so fasziniert, denn als ich sie gesehen habe, man hat es sofort gesehen. Man hat die Haut sofort gesehen, man hat diesen Effekt einfach sofort gesehen und sie hat so eine strahlende, frische, schöne Haut bekommen. Sie ist selbst so begeistert und das sind auch Erfahrungen, das freut mich natürlich auch. Ich meine, bei euch lese ich natürlich auch immer die Kommentare, aber das einfach auch zu sehen und live dabei zu sein quasi, ist für mich natürlich auch immer so ein mega Gefühl. Jetzt quassle ich schon wieder, ich schweife vom Thema ab, ein Sorry, aber es ist wirklich Leidenschaft bei mir hier mit dabei. Und ich glaube, dafür muss ich mich auch nicht entschuldigen, wenn ich irgendwas super gerne mag. Wir haben in dieser Maske Mandelöl und Squalane mit drin und das ist halt auch dieses Feuchtigkeit, Geschmeidigkeit eurer Haut. Dazu haben wir diese kleinen roten Pärchen, die ich euch versuche mal einmal hier zu zeigen. Und das sind diese Q10 Aktivperlen, die, ihr habt die übrigens auch in der Creme drin, ich liebe diesen Duft auch Leute, und die macht ihr euch auf die Haut und während ihr die auf der Haut habt, dann zerplatzen die. Und dadurch können die so richtig schön ihre Wirkung dann freisetzen und entfalten. Das ist, ne, wie ganz frisch aufgebrühter Tee oder Kaffee, ne. Die können halt dadurch, dass die in diesem Moment erst quasi zerplatzen, ihre volle, also stärkste Wirkung entfalten. Und Q10 hilft euch halt auch bei der Zellregeneration. Das heißt, natürlich seht ihr strahlender aus. Eure Zellen sehen einfach besser erneuert aus, ne. Und ihr strahlt in einer schönen Frische einfach. Also diese Creme Maske, Leute, riesen Empfehlung auch hier einmal von mir. Dann kommen wir zum nächsten Teilchen, was ich auch in Anwendung habe. Und das habe ich mir auch mal gekauft gehabt zum Testen und bin ich richtig, richtig begeistert davon, ist hier aus dieser Natural Corrector Reihe dieses Aufbauserum. Leute, nutzt das in Kombination mit Ceramide, ne. Also mit diesem Ceramideserum, das ist richtig cool, weil beide sind natürlich dafür da, um eure Haut bzw. eure Hautschutzbarriere aufzubauen, zu stärken. Und das in Kombination hilft richtig, richtig gut, denn es regeneriert geschädigte Haut. Übrigens ist das auch sehr gut, wenn ihr Narben habt oder Pickelmale zur Nachbehandlung davon. Und Leute, ihr müsst das ja zum Beispiel auch, wenn ihr irgendwo am Körper eine Narbe habt, könnt ihr das nämlich auch nutzen. Das ist bei mir tatsächlich auch der Fall. Und da hilft das unheimlich gut, das schön geschmeidig zu machen. Wir haben hier Vitamin E, also unser Schönheitsvitaminchen und Vitamin A, unser Retinol mit drin. Ich trage euch das einmal hier auf, dass ihr das seht, weil das hat so eine ganz, ne, wenn man an Serum denkt, hat man vielleicht eine andere Konsistenz im Kopf. Das hier ist wie so eine leichte Emulsion, würde ich einfach behaupten, ne. Und das ist so schön, wenn ihr das auftragt, schon so zu pflegen. Da ist Aloe Vera drin, da ist Jojobaöl mit drin, da ist Sonnenblumenöl mit drin, die natürlich Feuchtigkeit spenden und gleichzeitig vor Austrocknung schützen. Und schaut euch das mal an, das sieht man auch, ne. Das ist gleich so ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgt. Und das Schöne ist, dieses Serum hilft natürlich auch bei dem, wie gesagt, wenn eure Hautschutzbarriere ja so ein bisschen Anschubs braucht, ne, um wieder diesen Wiederaufbau zu haben, zu reparieren, ne. Dann halt das. Deswegen auch sehr gut geeignet mit Ceramiden. Und auch wenn ihr, und das hat man zum Beispiel auch bei Schuppenflechte oder so, oder wenn man halt diese Narben hat oder so, kennt ihr das vielleicht, wenn diese Haut so überverhornt ist und sich so Schuppen bilden und sowas. Da hilft das halt unheimlich gut, um die Haut wieder in Balance zu bringen und das ins Gleichgewicht zu bringen. Und, ne, dafür natürlich, deswegen sage ich auch, vielleicht auch an anderen Stellen eures Körpers, wo ihr das gerade benötigt, ist das eine richtig, richtig coole Geschichte und auch eine Riesenempfehlung hier an dieser Stelle. Riecht übrigens auch sehr angenehm, finde ich, ne. Ich muss ja hier immer so ein bisschen an unsere Düfte denken. Also das mag ich auch gerne leiden, was den Duft angeht. Und wirklich, das hat so eine angenehme Feuchtigkeit spendende Pflege dann. Wenn ich hier die ganze Zeit so schön auf die eine Hand hier losfeuere, dann wollte ich euch unbedingt, unbedingt eine meiner liebsten Handcremes zeigen. Und wirklich, Leute, wir vermissen alle. Also wirklich, ich glaube, fast jeder hat geschrieben, dass es diese Limited Edition Handcreme letztes Jahr nicht gab. Ich hoffe, Daten hat uns erhört. Und ich habe hier meine Handcreme, da hängt ein bisschen Kleber dran, weil sie halt auch im ständigen Einsatz ist. Und die ist so fantastisch. Auch die andere, die normale Handcreme von Daten, ist richtig toll. Ich bin aber einmal hier bei der gelandet, weil meine Hände super, super viel mitmachen. Und hier haben wir, und das wird wahrscheinlich auch ganz viele interessieren, eine Anti-Aging-Handcreme, die auch bei Pigmentflecken hilft. Und da habe ich nun mal auch den ein oder anderen und ich habe wirklich beanspruchte Haut, die auch wirklich an Feuchtigkeit, darf es da nicht mangeln. Und hier sind Niacinamide mit drin, die gegen diese Pigmentflecken auch helfen. Und ich rede die ganze Zeit Hautschutzbarriere. Es ist so wichtig, gesunde Haut zu haben. Und auch hier haben wir einen Wirkstoff drin, nämlich die Braunalge, die nicht nur mega gut Feuchtigkeit spendet, sondern auch hilft, unsere Hautschutzbarriere aufzubauen. Also eine richtig tolle Empfehlung. Die zieht so schön ein. Ist eine ganz tolle, pflegende, Feuchtigkeit spendende Handcreme, die aber von der Konsistenz her null pappig ist. Und das ist was, das kann ich bei Handcreme nicht haben. Die hier ist so leicht einfach einziehend. Ich verreibe mir die hier extra mal auf die Hand, die sonst nichts abgekriegt hat. Und ihr werdet das gleich sehen. Die Hand ist sofort, ne, hier einmal ist das eingezogen und sie ist prall, ne. Die strahlt so richtig schön und das sieht einfach gut aus, ne. Also wirklich, wenn man da mal schnell so ein bisschen Abhilfe haben möchte und schönere aufgepolsterte Hände. Ich meine, die hat jetzt das Serum sogar abgekriegt und alles, ne. Und Leute, ganz ehrlich, die sieht besser aus. Mit einem kleinen Klecks von dieser wundervollen Handcreme. Und wie gesagt, das ist nicht klebrig oder sonst irgendwas und hat halt gleich diesen, ich sag mal, wenn man so macht, hat man keine Falten, ne. Aber wenn man so macht, das glättet halt sofort auch die Fällchen, die man sonst so hat. Und das Coole ist, und das ist halt was, wo ich nochmal auch unbedingt drauf zu sprechen kommen wollte. Ihr könnt die als Handmaske nutzen. Leute, gönnt euch die wirklich einmal in der Woche, einmal in zwei Wochen. Je nachdem, wie man natürlich auch Zeit hat. Aber macht die euch ein bisschen dicker drauf. Lasst die richtig schön einwirken. Und ihr habt so wunderschöne, babyzarte Hände danach. Also das hier auch eine riesen, riesen Empfehlung, von der ich auch nie so häufig rede. Ich meine, ich habe, glaube ich, schon immer von gesprochen, da ich die Handcreme so unglaublich gerne mag. Aber, ne, Leute, wirklich die, die ist fast am Ende, Leute. Also da, da ist noch so ein bisschen drin. Und, ne, auf jeden Fall habe ich hier auch schon ein Backup, weil das ist einfach, so gerne ich auch andere Handcremes teste, das hier. Und das ist das, was ich bei Dalton auch immer sage, ne. Ich teste unheimlich gerne. Und nein, ich mag nicht nur die Produkte. Natürlich, wie wir alle im Leben, mögen wir verschiedene Produkte gerne. Aber, ich vergleiche das so unheimlich gerne mit Essen, ne. Ich futtere, Leute, glaubt mir, ich futtere so für mein Leben gerne. Querbeet, ob Chips, ob Süßigkeiten, ob Schokolade, ob Eis, ob Schnitzel. Ich futtere alles gerne. Und ich mag manche Sachen lieber. Ich esse manche Sachen halt, muss aber nicht sein, ne. Und genau so ist es bei Dalton bei mir. Das ist halt, ich vergleiche das so gerne, ist halt mein Lieblingsessen, ne. Ich mag es halt am liebsten. Und Punkt. Und da muss man, glaube ich, nichts anderes zu sagen, ne. Und hier kommt das nächste Teilchen jetzt. Und da bin ich so, so gespannt. Und, ne, da habe ich in meinen Augen einfach euch auch viel zu wenig darüber erzählt. Obwohl es so ein grandioses Produkt ist. Und ich bin so super gespannt auch hier auf eure Meinung. Denn, ähm, das hier ist nicht nur ein wahnsinnig tolles, hübsches Teilchen hier, was ich gerade mit, äh, ein bisschen zugedatscht habe, ne. Das ist einmal dieser Lippenpflegestift von, äh, Dalton. Oh mein Gott, Leute, der ist so fantastisch. Und das wieder nicht nur auf den Lippen. Denn dieses Teilchen kann so viel mehr. Und ihr solltet das unbedingt auch dafür nutzen. Wir haben hier wieder unsere Braunalge mit drin. Ihr merkt es schon. Braunalge. I love it. Spendet natürlich nicht nur Feuchtigkeit, sondern da sind wir wieder bei unserer gesunden Haut, unserer Hautschutzbarriere. Und es steigert halt diese Kollagenproduktion. Was bete ich euch immer vor, ne. Ich bin über jedes Kollagenchen traurig, was ich in meinem Leben schon verloren habe. Und möchte die kleinen Kollagenchen erhalten, die ich halt eben noch habe. Und, äh, fördern so gut es geht. Denn Kollagen ist das, was unsere Haut schön prall hält. Verlieren wir zum Beispiel unter den Augen, wodurch die Augen so ein bisschen eingefallen sind, es Fältchen gibt, verlieren wir aber auch um die Lippen, ne. Und gerade als Raucher hat man das nämlich auch ganz schnell, dass man hier so diese kleinen Raucherfältchen hat. Kennt ihr die, ne? Und da muss einfach dagegen gearbeitet werden. Und da ist dieser Lippenpflegestift einfach so, so goldfertig. So sieht der einmal aus. Ich habe im Moment noch die Winter Edition in Anwendung, aber ich wollte den euch unheimlich gerne auch hier nochmal zeigen. Der ist richtig, richtig pflegend, spendet natürlich Feuchtigkeit und hilft dadurch gegen rissige Lippen, ne. Aber Kokosöl und Sheabutter ist hier halt auch noch mit drin, die natürlich auch so richtig noch die Haut nähren mit dabei. Wie gesagt, dann noch diese Braunalge. Ein fantastisches Rundum-Lippen-Produkt einfach, was hier auch nochmal seine Erwähnung finden soll. Und das war schon das letzte Produkt. Ich habe mich hier extra mal auf 5 reduziert, weil ich könnte euch wirklich, wirklich von Herzen immer eins ans Ohr quatschen, ne. Was es hier alles so gibt. Aber das hier sind halt so meine kleinen 5 Empfehlungen für euch. Alle nicht mega teuer, alle wahnsinnig gut. Wie gesagt, jetzt, wenn ihr möchtet, mit 20% könnt ihr euch auch wieder alle eure Lieblinge schnappen, ne. Wie gesagt, das hier waren ja jetzt nur so meine 5 kleinen Geheimtipps noch an euch hier einmal mit rein, weil das so kleine Multitalente sind. So unbeinbar sie vielleicht aussehen, so viel können sie einfach. Und ihr Lieben, das soll es schon gewesen sein an dieser Stelle. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure lieben Kommentare und eure Erfahrungsberichte. Unbedingt unten hinschreiben. Ich freue mich da immer richtig, die zu lesen. Und wünsche euch jetzt von Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder je nachdem, Mittag, Nachmittag. Keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Und freue mich drauf, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ihr Süßen. Macht's gut. Tschüssi.